So, wo sind Ihre Sportschuhe? Wieder vergessen? Ich hab mir gestern meinen Kreuzmann gewissen. Dass das kein Grund ist, wissen Sie selber, oder? Ich darf aber keinen Sport mitmachen. Sie brauchen gar nicht mit mir diskutieren. Jenny, wo sind deine Sportsachen? Ich kann keinen Sport machen, ich hab meine... Oh, zum dritten Mal in diesem Monat? Ja, das dritte Mal. Ganz komisch. Kein Problem, setz dich auf die Bank.